Das neue Album heißt New Day Dawn. New Day Dawn steht für Neuanfang, für Aufbruch, sowohl für mich persönlich, aber auch irgendwie im Zeitgeist. Wir haben die Möglichkeit, Sachen immer aus einer anderen Perspektive zu sehen. New Day Dawn sind Chancen und ich glaube einfach an eine Kraft, die irgendwie alles zusammenhält. New Day Dawn unterscheidet sich aber vor dem Vorgängeralben in dem Sinne, dass viel mehr eine Eigenregie stattgefunden hat. Und ich bin wirklich dem Ziel, mich musikalisch auszudrücken, ein ganzes Stück näher gekommen. Dieses Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein, lässt mich irgendwie viel mehr mit mir im Einklang sein. Das neue Album heißt New Day Dawn.